Herzlich willkommen, liebe ZSF-Fans und willkommen zum Weihnachtsquiz 2 gegen 2. Wir haben hier auf der linken Seite die zwei Jungen, Gering und Schöme, und hier die zwei Uralten, Bühler, Erfahrene, Bühler und Baschel. Es geht heute so, ihr dürft einen Song ziehen und ihr müsst dann performen, nackt. Nein, ihr müsst ihn einfach vorsummen oder vorsingen und die anderen erkennen. Die andere Gruppe, der Gegner. Wenn der Gegner erkennt, kommt der Gegner an den Punkt. Es geht gar nicht umzuspielen. Was ist das? Aber das ist ein Christmas Special. Wir sind lieb zueinander, wir sind lieb zueinander. Genau. Je schlechter ihr performt, desto besser geht es. Es geht wirklich nicht. Es ist gleich. Aber wir geben alles. Wir machen alles. Ist gut? Ja. Wer möchte anfangen? Die Erfahrungen. Die Erfahrungen dürfen entscheiden. Wir müssen dann performen. So. Hey. Nicht schauen. Tippen oder? Ich kann singen. Ja. Singen wir es? Okay. Wir nehmen auf die Sonne. Wir müssen sagen. Namen. Namen. Interpret. Jahrgang. Beep. 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 Okay. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Dinglebell. Dinglebell. Dingle. All the way. Oh my son. Let's love. Hey. Gut. Drei. Zwei. Eins. Okay. Stimmt. Ein Punkt. Ein Punkt. Ein Punkt. Ein Punkt. Ein Punkt. Unglaublich. Spannend. Hey. Singen wir? Ja, machen wir es gut. Okay. Eins. Zwei. Drei. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Gut. Wie heißt das Lied? Interpret. Wish you a Merry Christmas. Oh. Sehr gut. Wieder ein Punkt. Sehr gut gesungen. 2-2. So. Wir kommen, glaube ich, zu unserer Entscheidungsrunde. Entscheidungsrunde. Ja. Wer will die anfangen? Game 7. Game 7. Oder Schutten entscheidet? Nein, das muss die Entscheidungen sein. Sonst gibt es vielleicht noch ein Benalt. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben auch noch einen, oder? Ja. Ja. Oh du fähre. Oh du fähre. Oh du fähre. Pass er, pass er, pass er. Okay, gut. Ein Punkt, ein Punkt. Sehr gut. Ja. Du hast einen extra kommen. Ex-Facto. Gut. Ja. Das ist schon so. Paul ist der erste. Geht's in der Nähe auf dem Mann. Wirklich. Ok. 1-2-3-6. Hвал. ultimare. Wirklich. Ich bin ganz gut. Wirklich. Före der Schwan! Ja! Wie groß ihr? Der Kumpel ist gut. Der Kumpel ist gut. Wir kommen zur Entscheidung. Die Erfahrenen mit drei Punkten sind sehr gut. Die Jungen leiden disqualifiziert, weil sie beschissen haben. Fertig, Schluss. Wir wünschen euch auch eine wunderschöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Einen guten Rutsch. Schöne Noël. Merci. Ciao. Wir haben gekonnt. Was ist das? Wir haben einfach die Regeln rausgekommen. Wir haben jetzt ein kleines Rutschck. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020